Hallo Vage, vielen Dank, dass du zurück in deinem Kanal der Astrologie bist. Ich bin Enmanuel, dein astrologischer Lebensberater. Zum ersten des Monats hast du Mond in Fische. Die Erledigung von alltäglichen Aufgaben kann etwas belastend am Monatsanfang sein. Viele Vagen werden sich um andere Menschen kümmern. Die Erledigung von Haustierbesitzer setzen sich stärker für die Gesundheit ihrer Tieren ein. Am zweiten hast du Venus in Krebs eingetreten. Die Gestaltung von harmonischen Beziehungen zu einem Menschen kann nur möglich sein, wenn man seine Einstellung zum Leben gründlich ändert. Bis 27. des Monats können in Sachen Geld Auseinandersetzungen oder Unsicherheiten eintreten. Zwischen dritten und vierten des Monats gibt es einen Trigon zwischen Venus und Jupiter. Man könnte vieles mit Arbeitskollegen, Familienangehörigen oder mit Freunden unternehmen oder einplanen. Geldausgaben für die Verschönerung von Wohn- oder Arbeitsräumlichkeiten können erforderlich sein. Am fünften haben wir Merkur Quadrat Neptun. Man darf sich nicht mehr vornehmen, als man erledigen kann. Ansonsten werden große Verwirrung, Unsicherheit oder Unklarheit in Bezug auf ein Thema eintreten. Themen wie Bildung, Bewerbungen oder Reise sind eher schlecht veranlagt an diesen Tagen. Zwischen fünften und neunten des Monats hast du Mars Opposition Pluto. Große Meinungsunterschiede oder Streitigkeiten können an diesen Tagen eintreten. Es kann auch sein, dass man etwas ungeduldig ist. Am zehnten haben wir Neumond und Sonnenfinsternis in Zwillinge. Du wirst bis Ende des Monats am besten einen großen Schritt wagen müssen. Dieser Schritt kann dein Leben deutlich verändern. Am 11. hast du Mars in Löwe eingetreten. Bis 29. Juli wirst du mit anderen Menschen für ein gemeinsames Ziel arbeiten. Sich mit anderen zu vernetzen und zu kommunisieren, wird besonders wichtig sein. Konflikt mit Freunden, Geschwistern oder Kollegen sind auch möglich. Zwischen 12. und 19. haben wir Saturn Quadrat Uranus. An diesen Tagen könntest du etwas beunruhigt und angespannt sein. Am 20. haben wir Jupiter rückläufigen Fische. Bis Ende Juli solltest du dich mehr auf deine Ernährung und gesundheitliches Wohlbefinden konzentrieren. Am 21. hast du Sonne in Krebs eingetreten. Bis 22. Juli dürftest du eine Veränderung im Bereich der Liebe erfahren. Diese kann positiv oder negativ sein. Am 22. hast du Merkur direktläufig in Zwillinge. Bis 11. Juli wirst du mehr Klarheit bezüglich einer Angelegenheit, die dir viel Angst und wenig Zuversicht gibt, haben. Am 23. des Monats haben wir als Sonne Trigon Jupiter Erfolg, Heilung oder Anerkennung sind bald zu erwarten. Es kann sein, dass du jemandem begegnest, mit dem du leidenschaftliche Auseinandersetzungen erleben wirst. Am 24. Juni hast du einen Vollmond in Steinbock. Eine Veränderung in Verbindung mit dem Arbeitsplatz oder der Familie kann entweder eintreten oder notwendig sein. Du solltest deine Gefühle nicht für eine Person aufopfern, die nicht weiss, was sie möchte. Am 25. hast du Neptun rückläufig in Fische. Bis Ende November ist eine Therapie oder Behandlung bei vielen Wagen notwendig. Wichtige Geschehnisse in Verbindung mit Haustieren oder Gesundheit können eintreten. Am 26. hast du Mond in Wassermann. Wahrscheinlich stehst du unter Druck im Arbeitsleben. Wenn dies nicht der Fall ist, dann solltest du deine Emotionen und Empfindungen offen und direkt äußern. Am 27. haben wir Venus in Löwe eingetreten. Bis Ende Juli solltest du in Sachen Geld und Liebe mehr Geduld haben und keine unbedachte Handlungen tätigen. Und dann zwischen 28. und 30. hast du Mondknoten-Sextilmars. Probleme mit Behörden oder Vorgesetzten können auftauchen. Vielleicht wirst du mit einem Mann in Konfrontation treten oder ein Ereignis mit Empörung beobachten. Liebe Wagen, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Juni 2021. Wenn du eine individuelle und persönliche Beratung brauchst, kannst du diese bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video.